Mein Name ist Thomas Paule. Ich komme aus dem Selfkant im Rheinland und mein Beruf ist Ergotherapeut. Ich werde mit Comundo nach Kenia reisen und meine Partnerorganisation vor Ort ist Larch Kenia, die sich für körper- und geistig behinderte junge Menschen einsetzt. Meine Funktion vor Ort wird sein, mich für die Optimierung der Arbeitsplätze einzusetzen, das Personal vor Ort zu schulen und meine Motivation zur Ausreise ist, neue Kulturen kennenzulernen, die Menschen ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten und mein Know-how einzubringen vor Ort, meine Lebenserfahrung, meine Berufserfahrung, die Menschen davon profitieren zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich komme aus der Spieleverfahrung, die Menschen davon ausgeslogt, die Menschen davon ausgetren, die Menschen davon ausgetren, die Menschen davon ausgetren, dass die Menschen davon ausgetren können. Ich hoffe, ich habe meine Freunde,